Oh, was haben wir denn hier? Marie, doch ganz egal wo du dich rumtreibst, ich hoffe es geht dir schlecht Schlappe, Drecksau, ich hoffe es geht dir schlecht Schlappe, Drecksau, ich hoffe es geht dir schlecht Und du kommst gut angeknochen, doch ich kenne dich nicht mehr Was hängst du davon, Marie? Mein Herz ist um mich gebrochen, meine Welt war schrecklich leer Doch jetzt geht's mir besser ohne dich Marie Ganz egal wo du dich rumtreibst, ich hoffe es geht dir schlecht Schlappe, Drecksau, ich hoffe es geht dir schlecht Schlappe, Drecksau, ich hoffe es geht dir schlecht Erzähl mal, was ist unsere jetzige Situation? Ja, wir sind für viele Turniere angemeldet, von vielen Spielen, die wir noch nie gespielt haben Unter anderem, es sieht auch so gut aus, sag ich mal Hey, habt ihr das gerade gehört, CS und CSS? Einmal zoller, Steve, einfach guckst 5&5 Geht das online? Wir zocken in einer 3-5-Stunde Ja, wir zocken in einer 3-5-Stunde OT 2004 Auf jeden Fall zocken in einer 3-5-Stunde, mit Turtles oder 4-5-Stunde Müssen wir vielleicht mal ein bisschen zocken? Ja Vor und vor, Team dann? Ich hab keine Ahnung von dem Spiel Du hast noch nie gespielt, oder? Ich sag mal so, hat jemand Steam bei mir? Nein, ich könnte mir mal irgendwas Steam geben Haha Wieso? Ich hab das nicht Das ganze kostenlos runterladen? Ja, ja, ich hab probiert Ach so Ich hab irgendwie die CD bekommen Ich hab keine Ahnung Da fahren wir mal ein Peter, da hat er das bestimmt Also, ich hab dir jetzt auch noch eine Reservemaus mit Das ist geil, und die würde auch dir Genauso wie mein Headset, er gibt es auch dir Ach so Ja Das sieht mal eine halbe aus, er öffnet uns vom Spiel von mir Geil, wa? Wir haben in einer halben Stunde ein Turnier Und ich muss erstmal das Spiel installieren Was er zuvor in seinem Leben noch nie gespielt hat Noch einmal bei Peter Alles klar Und nicht mit meinem Rechner Mir hat's eigentlich gar nicht gefallen Es ist eigentlich über zu Sacken gefallen Vor allem hab ich vorhin schon geschlafen Und jetzt hier übelst wach Und das Einzige, was mich hier eigentlich übelst am Leben hält Ist, dass ich mit dieser wunderbare Kamera sprechen kann Mein Leben, wo du hier hast Schatzi ruft da noch nö Gib mir jemand ran Zieh's mal ab Ah Sag mal, ich find grad einen wichtigen Blubbi-Wolli-Turnier Hier? Hier ist doch Ja, geht grad nicht, er ist grad übelst am Zocken Da ist grad Flabbi-Wolli-One-One Ah, der ruft sich dann zurück, hat er gemeint Ah, der ruft sich dann zurück, hat er gemeint Aha, du musst dich ja zurückrufen, weil ich's ja gesagt hab Ich kann euch als Rügel machen Ja, ich mach grad den zurückrufen Ja, ich mach grad den zurückrufen Hi, Schäule, wie lange klingt das denn jetzt in die Hügel? Ich kann ja mal suchen hier irgendwo Ich kann ja mal suchen hier irgendwo Ich kann ja mal suchen hier irgendwo Hier am absoluten Broke-Gamer-Clan, ja Der Kubaner Versucht grad zu spielen Spielspiel Mit Schießen Hat sich noch schlafen gelegt Da seid mir so aus Lebt nur Ich hab grad als Bayer unterwegs vermisst Gerade als Bayer unterwegs vermisst Naja Jetzt Mechanik, ja Wie viel denn jetzt mal? Ja, letztlich Nehmen wir hier Stöpfe hochkanten Hochkantformat Ja, damit man dein Gesicht sieht So, jetzt mal ein kleines Resümee hier Was für Preise haben wir alles gewonnen? Fassen wir mal zusammen Also wir haben ihn gewonnen Im Kühlschrank Voll Logisch Der auch schon angesteckt ist Logisch Wenn ich jetzt mal umdrehen würde ich die Treppe hoch ist der dann Ja, ist klar Oben bei uns In unseren Gemächern Oben bei uns dann Draußen steht noch ein Porsche Carrar GT3 Mhm Haben wir gewonnen Jeder hat eine 500GB Festplatte gewonnen Logisch, voll Voll Neuse Software drauf Alles da Alles lecker Ja und noch 22 Zoll Display-Monitor Ja Plus Beamer Aber das sieht man grad nicht Weil die sind hinten noch im Das ist richtig Da hinten Sind die noch Ja ansonsten Fangen wir an Peter Der Peter hat auch noch ein bisschen was Die haben ja auch noch Turniere gewonnen Jede Menge Ja? Jaja die haben noch jede Menge gewonnen Noch mehr gewonnen Die haben noch mehr gewonnen fast würde ich sagen Ja ich glaube der hört mich gar nicht da Ich bin grad Auto Ich bin grad Autorennen Ich bin grad so Hier frag mal an Peter 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 weiß das Peter ich soll dich fragen was du alles gewonnen hast hier so an Preisen Trostpreisen 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 noch nicht Trostpreisen noch nicht Kannst du so an Preisen sagen Hauptpreisen Autos Bier zum Beispiel Ja gewonnen Gibt es dann ein schönes Video bei YouTube Muss ich jetzt Hochdeutsch sprechen? Nö Okay Kann ich also weiter sexen Ja Schöne Wiese Ne Preis habe ich leider nicht gewonnen Aber ich bin im EA Masters auf Platz 3 Ja Bei Battlefield Also wir Unser Team hat also eine hervorragende Leistung abgegeben Von weiß ich nicht 14? Ne Das war bei Counter Strike 14 war bei Counter Strike 40 oder 400 Ich weiß es nicht genau Ne Seit Millionen Stunden offen 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 Wach Wach Hell Wach Die ganze Zeit hier oben Da Da hat er geschlafen Gleich neben dem Mülleimer mit dem Kopf Na ja Schöne Tasse an Boah Ja Ja Die ganzen Losern hier passen zusammen Was? Die ganzen Loser? Ja Zieh mal bitte meinen Strom ab Zieh mal bitte meinen Strom ab Ja Wach